so liebe leute herzlich willkommen zurück zuletzt mit dem nächsten teil aus spanien was haben wir denn heute vor also ein bisschen was mehr zu fahren das wieder wissen müssen jetzt fahren die fg mit der ruhig ein nach hinten gehen können aber okay du musst ja so fahren ich denke da fahren wir die ersten beiden ja auch noch mal das so fahren wir die ersten beiden jetzt heute und danach den rest der netz und beide jetzt mit spanien heute bitte Wenn wir an namhaften Wettbewerben teilnehmen wollen, brauchen wir einen guten Ruf. Das ist der letzte Teil dieses Gumbel B-Cups. Ja, das Licht macht schon wieder ein bisschen Spacken. Ein bisschen rum. Es ist ganz so hell, dass es funktioniert. Moin, ich komme zu euch. Sehr fan da. 10 Sekunden direkt Zeitstrafe bekommen. In links 4 lang, 80. Rechts 1. In links 3 lang, mach auf, mach zu. In rechts 3 lang, mach auf, mach zu. Jetzt sind wir wieder ein bisschen vorne jetzt. Links 4 durch Senke. In rechts 1, überkommen. Links 3, 60. Rechts 6. Links 6. In rechts rechts. In links 3, 80. Links 5. Links 5. Links 5. Links 5. Links 5. Links 5. In rechts 4 durch Senke. In links 3 lang, mach auf. In rechts 6, 60. Links 5. Links 5. In rechts 3, 60. In rechts 3, überkommen. In links. In rechts 4, überkommen. In rechts 4, überkommen. Der links wird sogar noch mal ein bisschen länger werden mit den fast zwölf Kilometern. Also wir sind ja sieben. Oder fast genau sieben. Rechts 1, in links 3, lang, macht auf, macht zu. In rechts 3, 60. Rechts 3. Links 6. In rechts 4, durchsäcke 80. In rechts 3. Kehle links. In rechts 6. Links 6, 60. In rechts 5. Bis jetzt beide ziseln. Rechts 5. Rechts 6. In links 4, in rechts 3. In links 5. Bis ziehen. Alles klar, langsam für den Marsch. Und sieben. So. Perfekt. Super Ergebnis. Gut gemacht. . So. So, dann geht es jetzt weiter mit dem langen Teil. So, dann geht es weiter mit dem langen Teil. So, dann geht es weiter mit dem langen Teil. So, dann geht es weiter mit dem langen Teil. So, dann geht es weiter mit dem langen Teil. Okay, wir können direkt losfahren. So, dann geht es weiter mit dem langen Teil. So, dann geht es weiter mit dem langen Teil. So, dann geht es weiter mit dem langen Teil. So, dann geht es weiter mit dem langen Teil. So, dann geht es weiter mit dem langen Teil. So, dann geht es weiter mit dem langen Teil. So, dann geht es weiter mit dem langen Teil. So, dann geht es weiter mit dem langen Teil. So, dann geht es weiter mit dem langen Teil. Okay. Okay. So, dann geht es weiter mit dem langen Teil. So, dann geht es weiter mit dem langen Teil. rechts 4 in links 1 durch senken rechts 6 über 5 links 3 durch senken 40 nicht schneiden gucke rechts 6 rechts 5 kommt so schön weg rutscht hauptsache die nächste wand ich fahre meine kacke gerade zusammen ach man was das so leute hier ich will mir gerade gar nicht in rechts 3 überpuppen in rechts 4 überpuppen in rechts 4 überpuppen in rechts 3 kehrt links in rechts 6 links 6 rechts 6 links 6 überpuppen in rechts 3 links 6 links 6 übernetz links 4 in rechts 2 in links 4 überpuppen in rechts 4 überpuppen in rechts 6 in links 1 lang was ist das denn heute los ja gib mir ja gibt mir noch 20 jahre hinterher kommen gefällt mir gerade also ich fahr selber gar nicht gut rechts 3 in links 1 durch senke in rechts 5 in links 3 in rechts 5 rechts 3 links 6 in rechts 4 durch senke 80 in rechts 1 guckern in links 2 in links 1 rechts 3 in rechts 5 60 rechts 6 links 6 in rechts in links 3 60 links 4 durch senke rechts 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 links 3 80 rechts 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 links 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 Na gut, es ist auch komplett dunkel. Wir haben kein Licht. Ich sehe wirklich nicht früh. Alles klar, langsam über den Marschall. Kurz, vielen Dank. Eieiei, das Auto sieht aus. Ja, Hauptsache wir haben es geschafft. Vielen Dank. Gut, dann würde ich sagen, machen wir Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann gibt es in den letzten Teil für diese Woche. Nämlich vier Render nach. Tschüss.